und da sind wir wieder was soll ich groß sagen meiner entrüstung zum trotz haben wir andokai noch in unserer gruppe wo ich bin eine der sechs ja doch das wumpt mich immer noch für meinen seelenheil hätten wir die doch rausschmeißen sollen egal wir können uns nicht um vergangenes sachen ich würde mich gerne um etwas proviant kümmern aber irgendwie schaut es momentan sehr schlecht dass wir können auch hier erstmal wieder bloß außer rum gehen wir haben aber den zwerg befreit wir haben das alben lager gefunden ja die dame die zwergendame die zwergenabberschützchen haben sie leider verlassen ja gut dann bleibt uns nur noch dieser weg zur feste hoch den wir jetzt erstmal gehen werden ich kann nochmal schauen aber neben quest mäßig haben wir das abgestoßen vielleicht gibt es noch einen zweiten quest sehen wir dann und trotzdem muss ich mich ja noch mal auf die ersten paar folgen beziehen irgendwie gab es da anscheinend auch die eine oder andere neben quest beziehungsweise beziehungsweise einen neben quest auf den ich hinaus möchte mit den heißt mit denen mit denen mir liegt es einmal mehr auf der zunge mit den ohrkorden genau dass die ich sag ständig falsch dass der quest nicht abgehakt wurde das habe ich nicht so ganz verstanden aber naja eigentlich haben wir den ja gelöst aber der wurde nicht komplett abgeschlossen und dann im nächsten akt oder im nächsten gebiet wurde der automatisch rausgelöscht egal schon unglaublich lange her im vergleich wo wir jetzt stehen aber ein bisschen verwirrt mich das nach wie vor noch egal weiß auch nicht wie ich da jetzt drauf komme ziehen wir weiter keine verletzungen das ist gut ich glaube eine hat noch verletzungen das könnte jetzt verletzten na verkehrt das könnte noch reichen jetzt für den letzten tagen genau eine verletzung aber dann haben wir nichts mehr zu essen ach so hier wollte ich noch mal schauen auf einer landkarte ich wollte euch hier scrollen aber es geht wieder nicht mal das mal so hier all das geflohen etwas sagte dass ihr euch wiedersehen werdet du vermagst nicht zu sagen ob es ein friedliches wiedersehen wird oh das wird schön vielleicht habe ich doch falsch entschieden vielleicht habe ich die worte der maga angezweifelt aber ja gut nur weil jemand korrumpiert wird heißt es ja auch lange dass es seinen freien willen irgendwo wieder zurück kriegt was hier irgendwie auch geschafft hat die straße wird hier so verdächtig durch zwei dörfer aber da vielleicht flankiert werden oder so nichts okay jetzt haben wir kein essen mehr naja weiter geht's darum werden wir auch nichts zu essen finden als ob da oben proviant irgendwie 1035 sonnenzyklen oder allgemein zyklen überlebt hat das glaube ich nicht bei einbruch der nacht findet ihr euch auf einer heißen mit spitzen felsen übersäten bergflanke wieder ihr würdet so ziemlich jeden anderen ort für ein nachtlager bevorzugen aber es ist zu dunkel um noch weiter zu gehen mitten in der nacht wirst du von boendil geweckt gelehrter riechst du das nicht es sind orks in der nähe du atmest tief ein aber außer dem allgegenwärtigen schwefelgeruch dieser gegend riechst du nichts dafür siehst du bewegung in den schatten und bist sofort hellwach und da geht wieder direkt eine schlacht los aber gegenfrage haben wir kein wachposten aufgestellt das enttäuscht mich dann schon ein bisschen ich dachte wir würden immer jemand haben da nachts aufpasst was ist denn das für ein gedröhnen im hintergrund ich bin auf eine neue kampfkarte gespannt kampfkarte gefechtskarte ach ihr wisst schon was ich mein okay ja ich würde sagen wir lassen unser vierteam wie es schon war ich würde die anderen auch gerne mal ausprobieren aber er hier ja was ich mir auch so überlegt habe ist was ich mir so schwierig finde ist wenn jeder charakter so eine eigene heilfähigkeit hat damit er sich nur selber heilt damit würden wir ja vier potenzielle angriffstaktik angriffstechnik plätze belegen so haben wir halt eine heilerin dabei die alle heilen kann wir können drei angriffe mehr in den kampf nehmen deswegen auch er hier gerade mit seinem heildings klar wir müssen es nicht auswählen aber bloß so zur überlegung einen heiler einen tank und zwei unglaublich klasse schadensmacher wäre vielleicht nicht ganz verkehrt aber ich würde sagen wir nehmen erst mal sie wieder mit das passt gerade mit dem gruppen kampfstil oder mit dem gruppen schaden ja sie nämlich not getrunken mit der teil wenn ich sie gerne rausschmeißen würde bleiben wir erstmal bei den vieren ist vielleicht nicht die beste abwechslung hier aber die funktionieren alles soweit eigentlich ganz gut denke ich er rennt gleich los 50 orks und das hier ist unser nachtlager das schaut nicht sehr angenehm aus da kommen sie angerannt nicht gerade wenige pass mal auf wenn die noch hier weit weg sind wieso wieso habe ich denn jetzt auf einmal den ketten blitz habe ich den ketten blitz rausgenommen ich habe doch den ketten blitz rausgenommen bei ihm hat er sich die fähigkeiten gemerkt bei ihm auch bei ihr auch bei ihr ist die heilung bin aber dieses krasse explosions ding fehlt ich habe doch nie im leben den ketten blitz freiwillig reingesetzt habe ich gerade irgendwas verklickt wo kann ich denn hier laden sag mal direkt zu kampfes beginn machen wir das noch mal schnell ich würde gern dieses schöne explosions spielzeug mit dem ja und damit wir kommen zurück im ladebildschirmsimulator ist mir jetzt fast schon ein bisschen unangenehm aber ja sollte verhältnismäßig schnell gehen oder schau mal ja doch das geht okay ach nee weil ich sie abgewählt habe wahrscheinlich und dann na wohl das macht man natürlich dachte vielleicht wenn man sie abwählt also dann ihre standard angriffe wieder rein nimmt so jetzt können wir starten der das passt ja er sprintet los sie steht da zeig mal her genau weil ich sie nämlich da drauf du bleibst da jetzt haben wir gar nicht so viele getroffen das geht um von anderen seite kommen sie auch umso besser oh ja oh ja oh ja machen wir das mal so sehr schön und direkt drauf schlagen wenn er liegen bleibt wunderbar das funktioniert hier auch machen wir erstmal oink oink alle zu mir und amok laufen einmal schaden für alle das kann man jetzt erst mal machen während der bildschirm hier nicht still steht und dann lass ich natürlich wieder den bildschirm anhalten dieses dieses ding hier ist so stark mit dem griff einfach irgendjemanden da war niemand einfach eins rein zu drücken so und jetzt schauen wir mal wo kommen denn hier noch die nächsten da hinten sind zumindest einige schützen schade die konnte man nicht drunter sprengen ich hatte es gehofft einmal heilung das hier ist natürlich auch interessant wenn ich jetzt sage was mir gerade einfällt wenn ich sage ich ziehe das wieder raus nehme dafür noch eine seinen sprung angriff oder eine andere angriffsart wieder mit rein weil damit heile ich mich ja primär auf der anderen seite kann man damit halt auch die aufmerksamkeit von gegnern ablenken also ist eigentlich auch wieder mehr so eine tank eigenschaft wobei ich dem tank auch wieder eher ihr zuschreiben würde wegen lebenspunkten und so weiter vielleicht tun wir die rausnehmen dafür wieder was mit mehr schade rein weil sie alle heilen kann also auch ihn ja wir müssen mal ein bisschen rumtesten tatsächlich also den habe ich auch schon lange benutzt ja schön dafür dreh sich ohne sinn und zweck einfach im kreis wunderbar tun die da gar keinen bock mehr zu kämpfen das verstehe ich dann schlagen weil sie führt auf den einkommen ach so das kann du erinnern ach so wir sind sogar wir warte mal und da ist er tot und wir rennen mal da hoch da schießt irgendjemand auf uns sehe ich der eine da ach schau an und jetzt wollen sie wieder von der seite probieren was kommt aber nicht gut da kommen halt zwei stück aber trotzdem eine von anzeigen auch noch welche hat sich aber nicht wirklich genutzt wie er einfach den niederreißt und der ist auch tot seit wann sie wieder auf einmal so stark wo ist sie sie ist auch da war aber irgendwo fehlt noch einer ach ja er läuft dann wieder amok ich sehe schon da schießt er noch eine wurde jetzt geschossen da schießt er nee doch da schießt er flitzt mal wieder zurück machen wir das so auch wenn wenn wir das wirklich gebraucht haben was bist du denn für eine das geht immer so schön schnell ja wenn man die einzelnen vor sich hat da kann man auch die kills ziemlich schnell zusammen holen mal hier so ran und direkt hier dem die axt voll rein zimmern ne 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 so vielleicht ja was als ob das blocken konnte oder so ja damit geht ihnen zwei auch zugrunde wieder zwei erwischt und die anderen zwei stehen da und schauen doof die klauen mir quasi meine aufgaben wieder wo ist der rest noch mehr zu mir ach da schießen noch ein paar schützen das sehe ich doch gerne von da oben schießen die wie kommen wir denn da hinten warte mal ich weiß auf jeden fall wie wir die da wegkriegen wobei da stirbt gar keine wenn wir draufschießen schade vielleicht müssen wir einfach noch aus rumlaufen damit wir die kriegen haben wir hier eine heilung für alle und abfahrt ganz schnell hier weg vielleicht müssen wir da einfach hoch gehen oder so wir sind weiter raus zum durchdenken da können wir hoch gehen schade ich dachte wenn wir die soll erwischen aber wir kommen euch gerne entgegen dass wir jetzt hier auf der ganzen karte noch die 50 mann suchen müssen die 50 orks ach da sind sie ja kann ich da drauf schießen ohne dass ich jetzt einfach meine erwische ja ich erwische nämlich gar keinen auch sehr schön ne der ist noch nicht tot der steht da hinten ich auch aber es hat gerade sehr schön ausgesehen wie du den nieder gemacht hast jetzt fehlen noch elf leute im moment kamera mal in diese richtung oh hier ist die karte zu ende gut okay dann flitzen wir mal wieder zurück wo ist der rest jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt wo ich bei schon lang gelaufen bin die sind tot ich glaube da hinten waren wir noch nicht ne gehen wir mal in die richtung weiter ihr seid alle so langsam flitzen alle dem achskämpfer hinterher finden äh was heißt finden werden wir nochmal seinen bruder eigentlich wieder treffen also ich würde es mir wünschen dieses zweier team klar sie ist auch sehr stark aber ich hätte gern wieder unseren boendal dabei wenn ich ganz ehrlich bin so jetzt stehen sie da und wollen nicht kämpfen gehen wir da mal rein wunderbar so und da kommen noch mehr angelaufen oder so ein paar einzelne das hat leider nicht so viel gebracht wie ich gerne gehabt hätte mehr schaden für alle und du wieso seid ihr um die da rumgelaufen machen wir den da nieder oh da ist er ausgewichen moment der liegt auf dem boden machen wir gleich nieder wunderbar dann hier einmal amok laufen ich habe doch hier noch diesen schwinger warte mal aha da trifft wieder bloß meine eigene leute obwohl so vielleicht nicht und das ging ich finde diesen move mit dem achskopf wie gesagt so schön einfach rein da und gut ist es sind immer noch drei wo seid ihr denn ihr wolltet uns überfallen aber wir haben einfach den überfall vereitelt kommt doch wieder zurück wo seid ihr da sind noch genau drei stück sind es genau 50 ne wollte schon sagen da schießen doch noch mehr nochmal hier mehr schaden ne machen wir mal das da ja irgendwie also das macht schon mehr schaden aber ich bin anscheinend nicht fähig genug da richtig damit zu treffen weil ich da immer bloß ein oder zwei treffe aber ich dachte das ist so ein gruppenangriff was wir sind durch äh ok tipp helden können verletzt werden ja gut das wissen wir ja mittlerweile oh wir haben verletzungen und kein proviant mehr uh das ist schwierig nach dem kampf hast du endlich Zeit Luft zu holen du schaust der Reihe nach zu den anderen ob es allen gut geht Bavragor wirkt wie weggetreten und schwankt mit jedem Schritt den er macht Bavragor alles in Ordnung quälend langsam wendet er dir den Kopf zu Blut läuft aus seinem Mund an seinem Bart hinab ich habe einen Fehler gemacht alle Kraft weicht aus seinem Körper und er fällt vorn über aus seinem Rücken ragt ein Pfeil Andokai, Bavragor wurde getroffen du eilst sofort zu ihm Balindis neben dir nimmt seine Hand zu spät der Pfeil war vergiftet ich spüre es ich hatte eh nicht vor ins Reich der zweiten zurückzukehren aber eigentlich wollte ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen um ruhmreich zu sterben du wirst nicht sterben Bavagor Andokai kannst du nicht du drehst dich zur Mager um doch ein Blick in ihr Gesicht nimmt dir jede Hoffnung kaum merklich schüttelt sie den Kopf wir wir sind auf dem toten Land nicht wahr lasst mich sterben dann kann ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen mein Trotz und stärker sein als das Verlangen Böses zu tun bevor du widersprechen kannst legt Boendil dir eine Hand auf die Schulter du weißt selbst wie stur wir sind Gelehrter wir sollten ihm seinen Wunsch lassen wenn er sich auf uns stürzen will dann erledige ich ihn selbst auch du hast davon gehört dass getötete Zwerge auf Expeditionen ins tote Land dem Blutrausch für einige Tage die Stirn bieten konnten doch du willst einen besseren Weg finden willst du willst Bavragors Atmung wird immer flacher bis sie schließlich komplett aussetzt während Balindis noch neben dir schluchzt erhebt der Steinmetz sich plötzlich sein Gesicht ist blass und seine Augen wirken abwesend nichts passiert von dem ich mich aufhalten lassen würde ich sagte doch mein Trotz ist stärker keiner von euch weiß wirklich was er sagen soll und schließlich treibt Bavragor euch dazu an den Weg fortzusetzen du siehst dem Steinmetz seinen inneren Kampf an und weißt nicht wie lange er ihm standhalten kann mit einem mulmigen Gefühl setzt ihr euren Weg fort ähm 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 was ist denn jetzt los was er echt jede Runde oder jeden Tag den wir marschieren verlieren wir jemanden Neues erst stirbt uns ähm 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 ich weiß nicht was ich sagen soll erst äh also gut dass äh Geralda gestorben ist klären wir mal aus sie verlässt uns des Nachts dann stirbt er hier durch einen giftigen Pfeil in den Rücken kann aber jetzt wieder aufstehen also jetzt ist er weil er auf dem Totenland gestorben ist wieder auferstanden also ein Untoter wie gesagt nur für mich nochmal zur Wiederholung aber er wie auch immer kann diesem dämonischen Einfluss widerstehen wahrscheinlich auch wie die Elfe stimmt wie die Elfe in Grünheim die sich da ja auch dagegen wehren konnte obwohl sie tot war aber man weiß nicht wie lange es bei ihm anhält bevor er in diesen untoten Blut rauscht oder wie auch immer es beschrieben wurde oder wie immer ich es auch beschreiben kann äh verfällt das heißt stimmt wir brauchen ihn damit er uns diese Verzierungen irgendwie macht ne diese Steinmetzverzierungen Schmied Steinmetz Juwelenschleifer und wir genau wir vier wir als Waffenträger genau die Schmieden um es herzustellen den Juwelen um diese Verzierungen zu machen ah das sind sehr gute Startbedingungen wir haben kein Essen mehr und einer von uns ist untot und eine ist schon ein paar Tage vorher quasi geflohen von unserer Truppe das wird nicht besser aber wir konnten den Orcs wenigstens etwas Proviant abnehmen und einen großen Heiltrank und ich glaube echt die Dinger kann ich einfach verkaufen die Dinger verkaufen und dann mit ganz viel Geld die teuren Artefakte kaufen wenn es jetzt nicht sogar schon dafür zu spät ist 100 XP ja genau der Lebende wurde aus der Gruppe entfernt der Tode wurde der Gruppe hinzugefügt ja gut das ist oh hat er jetzt andere Fähigkeiten da habe ich gar nicht nachgedacht äh da 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 wo ist er wo ist er da ist er oh er kann tatsächlich andere Sachen Wut Bavragor greift in blinder Wutmehrer der Gegner vor sich an und macht viel Schaden das erinnert mich an ja den wird er wahrscheinlich zuerst anfallen weil ja er ihn für den Tod seiner Schwester verantwortlich macht ach ne Klingensturm aber es äh wirkt zumindest vom äh Zeichen her identisch und von der Beschreibung Klagelaut lässt Gegner im Umkreis in Panik verfallen sofern es keine Untoten sind Todesatem Bavragor atmet Gegner mit fauligem Atem an eine Wolke entsteht die lebende Gegner in ihr betäubt wäre schon fast mal interessant das zu probieren ne passiv äh steht mit vollem Leben wieder auf wenn er getötet wurde äh okay Zwar hat Bavragor beteuert dass alles in Ordnung ist aber seit er zurückgekommen ist hält er sich abseits vom Rest der Gruppe während eurer Wanderung beschließt du ihn anzusprechen geht es dir wirklich gut ich fühle nichts Tungdil ich spüre meinen Körper nicht mehr und mein Kopf ist merkwürdig leer ich hasse Dinge die ich vorher lebte und Dinge die ich hasste er wirft einen Blick auf Boindil werde ich am liebsten in Stücke reißen und verschlingen du hattest keine Ahnung dass es so schlimm ist zum einen fühlst du einen unsagbaren Schmerz deinen Gefährten in diesem Zustand zu sehen zum anderen hast du Angst er könnte einen von euch anfallen und du hast es vor Bavragor so Angst zu haben hey Mager sag deinem Handlanger er soll auf mich aufpassen wenn ich Dinge tue die ich nicht tun sollte soll er mich aufhalten alle sind stehen geblieben und starren den Stein Metz an Andokai löst sich als erster aus der Erstarrung und nach einem Nicken folgt Giroun den Anweisungen und weicht von da an nicht mehr von Bavragors Seite ach da konnten wir hier noch hinlaufen ich habe schon gedacht ich habe den Punkt da ich habe da gar keinen Punkt gesehen wo wir hinlaufen konnten ich dachte schon ich habe auch so sehen auf die Festung der 5. geklickt ja es schaut nicht so einladend aus hier nochmal ein schön schön passendes Rot wobei mich das jetzt schon wundert dass diese Anzeige hier nicht auf hier drüben mit umgelegt wurde aber wahrscheinlich wird es dann auf Dauer dann so anstrengend wenn man alles hier in dem Rotstich hätte es bleibt nichts mehr zu sagen es bleibt nichts mehr zu tun also es bleibt noch viel zu tun aber ich weiß nicht was wir sonst noch für den Kerl tun können ich gehe davon aus dass er uns beim Schmieden hilft dann ja wahrscheinlich nicht mehr Stand halten kann und er anfängt uns zu attackieren oder so wir werden sehen endlich erreicht ihr den Ort an dem die Feuerklinge Form annehmen wird die Festung der 5. mit der heißesten Esse im geborgenen Land Drachenbrodem hier hat das Böse zum ersten Mal das geborgene Land betreten eine Schande für die Zwerge die von Wrackas die Aufgabe bekommen hatten es zu beschützen das geborgene Land